... überhaupt eine Chance zu haben gegen die überwächtigen Mercedes? Na, schon viel. Ich glaube, die müssen sie zusammen bekommen. Aber, ja, die will man schon. Ich glaube, normalerweise haben wir natürlich gar keine Chance. Aber, ja, die kämpfen natürlich für die Meisterschaft zusammen. So, da kann natürlich auch alles passieren. Aber von meiner Seite würde ich immer das beste Rennen fahren. Und hoffentlich natürlich am Ende besser auf das Podium kommen. Und die Strafreiche fände ich auch richtig gut. Sie stehen direkt neben dem Staat. Da gab es im letzten Jahr tolle Zweikämpfe. Was haben wir gar nicht noch zu erwarten? Ja, das machen wir gar nicht, weil die sind zu langsam. Danke, Max. Eine klare Aussage von Max der Staaten über die Verarmung. Von denen, wenn wir nichts erwarten, keine Sorge. Die sind einfach zu langsam. Die sind einfach von Meinl, wenn wir Neuk setzten in den 4.1 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020